So, herzlich willkommen heute mit einem Video, wie man in meine Tests fliegt. Dazu klicken wir erstmal T, dann geben wir diesen Command ein. Der Command steht in der Videobeschreibung, der Seed ebenfalls. Klickt man Fortsetzen, dann die Taste K auf der Tastatur. Dann steht da Free Move Enabled und dann kann man mit der Leertaste fliegen. Mit der Shift-Taste, das ist die Taste links unten, die aussieht wie ein Pfeil nach oben. Kommt man wieder runter und mit den WSD-Tasten kann man sich bewegen. Danke fürs Zusehen und Tschüss!